Ich kann wild denken und wild fühlen und mich selbst gehen lassen, wohin ich will. Ich bin mir einfach jeden Gedanken, sonst jeder Emotion bewusst. Wenn du ausgeglichen bist, alles, was du in deinem Leben tun kannst, wirst du tun. Du kannst diesen Prozess herunterladen, wenn du das kurz vor dem Schlafengehen machst, ein einfacher Weg, um ein wenig Abstand zu schaffen. Wenn ich meinen Tag auf die richtige Weise beginne, wenn ich mich um meinen Körper kümmere, wenn ich die richtigen Gespräche führe, dann fühle ich mich besser gerüstet, alles andere zu bewältigen, was passiert. Was machst du? Ich lebe mein Leben wild. Keine Disziplin. Ich weiß nicht, wo ich schlafen werde, wo ich aufwachen werde. Wenn ich zwei Nächte auf demselben Kissen schlafe, ist das ein Luxus. Ich bin immer irgendwo anders. Ich habe also keinerlei Disziplin. Außer, dass mein Tag sich normalerweise über 18 bis 20 Stunden erstreckt. Ich versuche etwas langsamer zu machen, aber es nimmt immer mehr Geschwindigkeit und Momentum auf. Ich habe mich auf so eine Weise gemacht, dass niemand anderes außer mir bestimmt, was in mir geschieht. Daher kann mich niemand frustrieren, niemand kann mich unglücklich oder wütend machen. Ich habe also kein Problem damit, wenn Sie mich um zwei Uhr morgens wecken und mich etwas fragen. Ich habe kein Problem. Das Allerwichtigste ist, als erstes habe ich mich sehr früh entschieden. Weißt du, in meinem Leben habe ich mich noch nie für einen Job beworben. Noch bin ich zu irgendeinem Vorstellungsgespräch gegangen. Oder habe auch nur über einen Job nachgedacht. Meine Familie hat sich immer gesorgt. Wie wirst du deinen Lebensunterhalt verdienen? Ich sagte, ich weiß es nicht. Alles, was ich weiß, ist, wenn nichts funktioniert, werde ich gehen. Weißt du, ich habe Wochen in den Dschungeln von Südindien verbracht, ganz allein. Ich habe gelernt, dort zu überleben. Ich sagte, wenn nichts funktioniert, werde ich in den Dschungel gehen. Ihr werdet mich nicht sehen, aber ich werde leben. Denkt nicht, dass ich sterben werde. Ich weiß, wie man lebt. Ich sehe also Aktivitäten und Menschen und Herausforderungen und Hindernisse nicht als etwas, das mich grundlegend in irgendeiner Weise stört. Es ist nur so, dass einige Dinge deine Arbeit besser machen werden, einige Dinge werden Dinge behindern. Also, in diesem Zusammenhang betrachte ich es, das ist alles. Ich betrachte nie irgendeine Tätigkeit oder irgendeine Person als jemanden, der mein Leben bestimmen oder mein Leben zerstören kann, weil ich das genommen und es in meinen Händen behalten habe, absolut. Oder mit anderen Worten, ich bin mir einfach jedes Gedankens und jeder Emotion bewusst, die in mir vorgeht. So kann ich wild denken und wild fühlen und mich selbst gehen lassen, wohin ich will, weil es nur entsprechend der Art und Weise geschieht, wie ich es will. Ich denke, das ist etwas, das du tun musst. Wie ich vorhin sagte, wenn du ein wenig Abstand schaffst, wirst du sehen, du wirst den ganzen Mechanismus davon verstehen, wie dies funktioniert. Aber wenn du in ihm bist, erscheint es, als sei es so eine komplizierte Angelegenheit. Es ist nicht kompliziert. Es ist nur so, dass einzelne Menschen es in sich verkomplizieren. Und was das Gedankliche angeht, nein, ich bin nicht nachdenklich in Bezug auf irgendetwas. Ich bin generell gedankenlos. Ja, ich habe keinen einzigen Gedanken in meinem Kopf. Ich habe kein Wissen oder Kenntnisse, wenn ich auf der Straße gehe. Ich laufe einfach, als wäre ich ein fünfjähriger Junge, der sich einfach freudvoll alles ansieht. Da ist ein Vogel oder ein Schmetterling, Mann, Frau, alles schaue ich mir aufmerksam an. Nicht mit irgendeiner Absicht. Einfach nur schauen, weil ich Augen habe. Ich muss alles sehen, was ich sehen kann. Wenn du also eine geschärfte Aufmerksamkeit hast, innerlich als auch äußerlich, glaube ich nicht, dass du dich damit herumschlagen musst, wer dich stören wird, was dich stören wird, was dich aus der Bahn werfen wird. Nein, schau, Gleichgewicht. Inneres Gleichgewicht ist das Allerwichtigste. Du magst Intelligenz haben. Du magst Genialität haben. Du magst Talent haben. Du magst viele Dinge haben. Du magst sogar eine Menge Reichtum haben. Sobald es kein Gleichgewicht gibt, werden sich all diese Dinge gegen dich wenden. Deine eigene Intelligenz wird sich gegen dich wenden. Deine Reichtum wird sich gegen dich wenden. Deine Beziehungen werden sich gegen dich wenden. Alles wird sich gegen dich wenden. Über allem Gleichgewicht. Ich bin sehr ausgeglichen. Weißt du, ich bin mit dem Motorrad nach Atlanta gefahren. Ich werde damit zurückfahren. Ich gehe auf die 70 zu, aber ich fahre immer noch. Und weil Gleichgewicht, sowohl innerlich als auch äußerlich, du warst ausgeglichen. Das ist sehr wichtig. Wenn du ausgeglichen bist, was immer du hast, deine Intelligenz, deine Fähigkeiten, deine Talente werden natürlicherweise den bestmöglichen Ausdruck finden. Oder mit anderen Worten, wenn du ausgeglichen bist, wirst du alles, was du in deinem Leben tun kannst, tun. Was du nicht tun kannst, wirst du ohnehin nicht tun. Aber wenn du nicht ausgeglichen bist, wirst du nicht tun, was du tun kannst. In deinem Leben, wenn du nicht tust, was du nicht tun kannst, gibt es kein Problem. Wenn du nicht tust, was du tun kannst, bist du eine Katastrophe. Es ist mein Wunsch und mein Segen, dass du nicht eine solche Katastrophe wirst. Es gibt also einen einfachen Prozess, den du, du weißt schon, du kannst diesen Prozess herunterladen. Zwölf, 15 Minuten am Tag kannst du es tun. Es nennt sich Isha Kriya. Am Anfang hörst du es dir an und machst es. Es ist geführt. Für einige Zeit. Wenn du es für, sagen wir, vielleicht 15 Tage oder einen Monat machst, danach kannst du es auch ohne jede Anleitung tun. Du kannst es alleine machen. Jeden Tag, dich einfach daran zu erinnern und deinen Atem damit zu verbinden, vor allem, wenn du es kurz vor dem Schlafengehen machst. Es ist ein einfacher Weg, um ein wenig Abstand zwischen dir und deinem Körper, zwischen dir und dem psychologischen Prozess zu schaffen. und dem psychologischen Prozess zu erinnern. und dem psychologischen Prozess zu erinnern.